ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist donnerstag der 9 februar 8 31 mein name ist carlos martin zu hören uns live aus dem trailer start trading rom wir bereiten uns auf unseren morgenlichen tax trade vor seit mittlerweile 2016 machen wir hier dieses video tagebuch dieses video logbuch ich platziere die falle 15.500 07 zu 15.492 das ist die sogenannte big number wir sehen heute morgen haben wir ein gap zu gestern abend hier durchaus denkbar dass das erst mal vielleicht auch heute vom montag geschlossen wird wir gehen also erst mal auf dieses niveau 15 1500 0 2 wir blicken wir immer einmal ganz kurz in die vergangenheit was gab es gestern für blue boxen in den abendstunden ja nicht ideale handelszeiten dann er diese zeiten und da sehen wir sauber in den gewinn gelaufen und hier denn auch gestern diese blue boxen wir sehen hier gestern haben werden 17 getradet mit höherem risiko und das war hier ein big number trade und das bedeutet wir bereiten uns jetzt dann praktisch auf den tag vor die vola boxen kommen rein die vola box kommt rein bei ca 15.454 das heißt wir kommen da ein bisschen tiefer rein wunderbar okay dann gutes gelingen melde mich gleich noch mal hier unten haben wir eine vola box auf dem link bildrand da gehen wir mit größeren regelsuch rein wenn der markt runterkommt 0,005 big number ist platziert 9 uhr so und dann schließen wir hier und gehen oben rein big number big number und ein wenig gespannt also 9 uhr 3 die bullen sind los mal wieder short im ersten trade ab den zweiten geben wir auf angepasst trade läuft 9 uhr 4 und raus das war der öffnungs trade und wir gehen da gleich noch mal rein und ich verabschiede mich jetzt bei den youtube-lern war mir eine ehre wir sehen uns morgen denn wieder und ja wir machen im live trading raum jetzt weiter vielen vielen dank